Eine invalide Pekinger Rechtsanwältin erhielt besondere Aufmerksamkeit von ausländischen Diplomaten, die sich um ihre Gesundheit sorgen. Ni Yulan ist seit ihrer Freilassung aus dem Gefängnis im April 2010 heimatlos. Sie war zwei Jahre lang eingesperrt, weil sie versucht hatte, die Zwangszerstörung ihres Hauses zu verhindern. Seit fast zwei Monaten lebt Ni Yulan in einem Hotel in Peking ohne Strom, ohne Wasser. Sie und ihr Mann wurden von Pekings Polizei belästigt, damit sie ausziehen. Die Wasserleitung wurde durchgesägt, damit wir kein Wasser haben. Es gibt auch keine Elektrizität und das Hotel lässt uns kein heißes Wasser benutzen. Es hat ungefähr 16 Grad Celsius hier drinnen. In den Raum kommt auch kein Sonnenlicht. Letzte Woche besuchte der amerikanische Botschafter in China John Huntsman Ni Yulan in ihrer einstweiligen Wohnung. Er kam, um sich über meine Leiden im vergangenen Jahrzehnt zu erkundigen. Die Art Unterdrückung, die ich erlitt, wie ich gefoltert, verhaftet und verurteilt wurde. Auch schwedische und norwegische Beamte besuchten Ni. Sie fragten, ob ich etwas brauche und wie sie helfen könnten. Sie brachten mir Tee und warmes Wasser und sorgten sich um meine Gesundheit. Sie sagten, viele Menschenrechtsanwälte seien um mich besorgt, weil die Polizei uns ständig belästigt. Als Ni Yulan im Jahr 2002 einen Zwangsabriss in Peking filmte, wurde sie von der Polizei mitgenommen, geschlagen und 75 Tage lang eingesperrt. Die Schläge verursachten eine Behinderung. Als sie eine Petition gegen die Misshandlung einreichen wollte, wurde sie zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Nach ihrer Freilassung im letzten Jahr berichteten örtliche Medien von der Misshandlung, die sie im Gefängnis erlitt. Die Pekinger Polizei bekam schließlich Druck, Ni und ihren Mann in ein Hotel zu bringen. Ni erzählt, auch Diplomaten aus Kanada und der Schweiz haben sie kürzlich besucht.